Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, Freitagmorgen, ich habe mir Gedanken gemacht, was will ich heute Ihnen präsentieren und da möchte ich erneut einmal auf Ihre Fragen eingehen, Fragen, die wir gesammelt haben, die Sie in die Kommentare gestellt haben oder in die E-Mail. Und da sind natürlich auch persönliche Fragen dabei und ja, wir kennen uns jetzt mittlerweile in unserer Community seit März 2020 so gut, dass ich auch einige von den persönlichen Fragen, soweit ich kann, beantworten möchte und ja, ich freue mich, dass wir zu so einem Punkt jetzt auch mittlerweile miteinander gekommen sind. Ja, schießen wir gleich mal los. Frage 1, da wurde die Frage an mich gestellt, lieber Herr Heldeser, wofür geben Sie eigentlich Geld aus und wofür geben Sie am liebsten Geld aus? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, das ist jetzt ja nicht bei der Fragebeantwortung als ein allgemeiner Ratschlag an Sie gedacht und auch nicht als Messlatte, wie man es machen sollte, sondern wie ich es schon andeutete, einfach eine persönliche Sache und sofern das einige von Ihnen interessiert, will ich es auch beantworten. Ich lebe da sehr in der Tradition meines Großvaters, das hat nichts damit zu tun, dass es gut oder schlecht ist, sondern man ist, wie man ist und das lernt man im Laufe des Lebens immer besser kennen, dass man nicht gegen seine eigene Natur gehen sollte. Ich selber bin an sich recht anspruchslos, ich mag nicht gerne Geld ausgeben für kleine Dinge, ich liebe von jeher das Anhäufen von Geld, damit ich einen größeren Betrag habe und gebe Geld am liebsten aus für etwas Größeres und etwas Langlebiges, was lange hält. Also ich kaufe mir gern etwas, ein Möbelstück oder Kunstgegenstand oder ein Fahrrad oder eine sehr schöne Ausgabe, allerdings habe ich die geschenkt bekommen, war meine Vespa. Die ist jetzt schon 15 Jahre alt, ist immer noch wie neu. An solchen langlebigen Dingen habe ich große Freude. Und ansonsten, wofür gebe ich Geld aus? Am liebsten würde ich kein Geld ausgeben. Aber das geht natürlich nicht, man muss ja auch von was leben. Warum? Weil ich so furchtbar gerne investiere, nicht weil ich so klug bin und das so gut kann, weil es mir einfach Freude macht. Und witzigerweise war mein Großvater Elsässer, der war ja Architekt und passionierter Aktienanleger genauso, und von ihm ist ja bekannt, dass er in seinem ganzen Leben keinen einzigen Verkaufsauftrag erzahlt hat. Er hat nur gekauft, weil er wusste, dass er damit die Inflation schlägt mit guten Aktien. Er hat gut ausgewählt, landete in keinem Bankrott. Die Kursbewegungen zwischendrin waren ihm egal. Es war auch eine Zeit, als nach dem Krieg in Deutschland die Vermögensteuer gab. Und im Gegenteil, er hat sich maßlos aufgeregt, wenn die Aktienkurse stiegen, weil alle zwei Jahre, glaube ich, oder alle drei Jahre wurde die Vermögensteuer neu festgesetzt. Und da er die Aktien eh nicht verkaufen wollte, musste er nur mehr Vermögensteuer zahlen. Ihm ging es darum, Anteil an den Firmen zu haben. Und mit dieser Strategie hat er absolut richtig gelegen, was seine Ersparnisse anging. Und ein anderer Punkt, wo ich jetzt, wo ich älter werde, wirklich gerne Geld ausgebe, ist, wenn ich damit jemand eine Freude machen kann. Als ich jung war, weil ich wenig Geld hatte, war ich sehr knickerig und musste viel sparen oder meinte, sehr viel sparen zu müssen. Und im Rückblick bedauere ich das in gewisser Hinsicht. Und mein ganzer Wunsch, warum es an sich gar nicht schlecht wäre, ein Milliardär zu sein, das darf ich also bei aller Privatsphären berücksichtigen, doch hier öffentlich behaupten, dass ich kein Milliardär bin, wenn ich das, ich wäre gern ein Milliardär, ich leide nicht darunter, dass ich keiner bin. Aber wenn ich einer wäre, wüsste ich genau, was ich machen würde. Ich würde allein aus den Zinsen so viel Gutes bewirken können. Ich habe so eine Fantasie, was ich alles machen ließe, weil das muss man klar erkennen, der Staat, die Regierung bemüht sich sicherlich ehrenwert, aber sie erreichen leider sehr wenig oder nicht sehr effizient die Dinge. Und ich wünschte mir, wir hätten Tausende von Milliardären, die, ich weiß nicht was, 10 Prozent, 15 Prozent ihres Einkommens ausgeben würden für gute Dinge. Da hätten wir blühende Landschaften hier. Ja, das zu dem kleinen Exkurs zum Thema Geld ausgeben. Vielen Dank. Dann haben wir von The Dude, dieser Mensch heißt natürlich nicht The Dude, das ist sein Kommentarname, fragt nach, hier im Hintergrund sehen Sie ja alte Bücherschränke aus Wurzelnussholz, ob die von den deutschen Werkstätten sind. Nein, die sind nicht von den deutschen Werkstätten. Das war eine große Adresse in München, ein Möbel- und Designhaus, soweit ich weiß. Das sind aber in der Tat Gegenstände aus Familienbesitz. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, wo Sie sich frühzeitig mal testen müssen, wenn Sie in die Lage kommen, einen gewissen Besitz zu haben, Platz haben in Ihrer Wohnung oder im Haus, was für ein Typ Sie sind. Denn danach entscheidet sich, ob Sie vielleicht wenig Ballast mit sich rumschleppen und alle paar Jahre sich etwas Neues gönnen, damit Ihr Umfeld sich ändert. Das ist sehr schön. Wenn Sie so ein Typ sind, dann kann ich nur sagen, weg mit dem Kram. Und wenn Sie Sachen vererbt bekommen und hängen nicht absolut emotional daran, bitte gleich weiter verschenken an Ihre Geschwister oder für wohltätige Zwecke. Ich persönlich bin ein anderer Typ gewesen. Ich bin ein Sammler und hochte gern und habe viele Opfer gebracht, dass ich eben hier die Bücherschränke meines Großvaters hinter mir habe und am Schreibtisch sitze ich auf dem Stuhl meines Urgroßvaters. Aber was hat das bedeutet? Rechnerisch eine Katastrophe, ein sehr kostspieliges Hobby, denn ich habe im Rahmen meiner Auslandstätigkeiten, da kann man ja in die Tropen also gewisse verleimte alte Möbel nicht mitnehmen, weil in den Tropen, in der Feuchtigkeit, gehen die aus dem Leim. Also habe ich die zum Teil 20 Jahre eingelagert auf eigene Kosten. Also für dieses Geld könnte ich die Schränke dreimal neu bauen lassen vom Schreiner. Aber emotional habe ich das nicht gewollt. Also hier von dieser Frage von The Dude über meine Person hinausgehend, das ist ja nicht so wichtig, wie ich da denke, aber der Appell einmal an einem regnerischen Wochenende geistig durch Ihre Wohnung, durch Ihre Häuser zu gehen und zu sagen, will ich das wirklich alles noch haben, was ich da habe? Tut es mir eigentlich gut oder belastet es mich? Und es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Leute sind. Ich habe also einen sehr guten Freund, der wohnt de facto in einem Museum. Die Eltern sind leider schon tot, er ist sehr erfolgreich, die Eltern waren erfolgreich und aus Liebe und Anhänglichkeit zu den verstorbenen Eltern, wagt er nicht oder möchte es nicht, sich von dem ganzen Umfeld trennen und er lebt praktisch in, ja, ja, museal. Und die Frage ist, ob das immer gut ist für die eigene Entwicklung. Also da gibt es viel darüber nachzudenken und von daher ist das ein schönes Thema. Ja, vielen Dank, The Dude. Ja, dann war eine Frage, wenn man Aktien kauft, die auf Euro notieren, also an europäischen Börsen, abgesehen von England und europäischen Ländern, die ein Nicht-Euro haben, also Euro-Aktien, sind die denn, sollte man das überhaupt haben, wenn man skeptisch gegenüber dem Euro ist? Und was passiert, falls mal eine Währungsreform kommt? Diese Frage wurde von Silverstone gestellt. Ja, also entscheidend für mich ist immer nur eins, die Qualität der Firma, die Stellung der Firma, die Profitabilität, der Vorstand und so weiter und so fort. Und solange das in einem politisch gut abgesicherten Land, was das Eigentum, die Eigentumsrechte angeht, und das sehe ich nach wie vor in westeuropäischen Ländern wie Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark und so weiter, dann ist mir die Währung, egal ob das die Dänenkrone ist oder der Euro, weil die Firma in der Regel, in die ich auch im Fonds investiere, arbeiten supranational, verkaufen zum Teil in 200 Ländern der Welt in den jeweiligen Währungen und nur die Endnotiz an der Börse ist in Euro. Und sollte, insofern fließen die Weltwährungen da sowieso ein, sollte allerdings der Währung dem Euro etwas passieren, dann sind diese Aktien gar nicht so davon betroffen, wenn die Geschäfte denn während dieser Währungsreformsphase weiter gut laufen und die Firma genug Reserven hat, eine wackelige Zeit durchzustehen, dann passiert Folgendes, die Währung ist dahin, es wird eine neue Währung eingeführt, die Börse bleibt für eine Weile geschlossen, so war das immer schon, und in der Zeit muss die Firma einfach weiter solvent bleiben, Löhne zahlen können, Miete zahlen können, dann ist die Welt in Ordnung. Und ab dem neuen Zeitpunkt der neuen Währung wird die Ware dann oder das Produkt oder die Dienstleistung in der neuen Währung verkauft, also wenn die Zahnpasta herstellen, dann liegt dann im Regal oder an die großen Drogerieketten, wird die Zahnpastatube nicht für 2 Euro das Stück verkauft, sondern für 2 Amero oder wie immer dann die Währung heißt, oder für 3 Amero oder 10 Amero, was auch immer. und entsprechend werden die Löhne in Amero gezahlt und nach einer Weile pendelt sich dann auch der Börsenkurs in dieser neuen Währung ein. Ich achte sehr auf die Solidität der Finanzen, damit wir es nicht mit einer Firma zu tun haben, wo zu viele Schulden sind, die dann vielleicht auf einen Schlag von den Banken eingefordert werden, weil die Banken Schwierigkeiten haben, dass die dann hergehen, wenn das kurzfristige Schulden sind, und dass die sagen, bitte, liebe Firma, mal den Kredit zurück, und zwar sofort, dann kann es gefährlich werden für die Firma bei einer Währungsreform. Deshalb muss man darauf achten, nach Möglichkeit, wir haben ganz viele Firmen im Fonds, die haben gar keine Bankschulden, da sind natürlich dann die Guthaben unter Umständen gefährdet, je nachdem wie die Währungsreform ausfällt, aber das Geschäft nicht. Und wenn Schulden da sind, muss man eben, das ist ein wichtiger Punkt, in der Bilanz oder mit Hilfe eines Experten, Ihres Steuerberaters, wie auch immer, müssen Sie nachschauen, wie sind die Schulden strukturiert. Langfristige Schulden sind ungefährlich, weil das steht genau in der Bilanz, vielmehr im Geschäftsbericht, zu welchem Termin die Kredite fällig sind. Das ist entscheidend. Und gefährlich ist es, wenn praktisch der große Brocken der Fremdverschuldung gegenüber Banken, wenn der sozusagen kurzfristig fällig gestellt werden kann. Da muss man also genauer drauf hinschauen. Vielen Dank, Silverstone, für die Frage. Frage 4. Wie kann man feststellen, was der Vorstand an Aktien besitzt von der eigenen Firma? Ja, das ist sehr unterschiedlich nach den Ländern und Börsenplätzen. Ich mache die Erfahrung, dass die Firmen das sehr unterschiedlich an der Börse handhaben. Mir sind am liebsten die Firmen, die ganz transparent sind. Davon habe ich eine ganze Reihe. Das heißt, da gibt es auf dem E-Mail-Verteiler, man kann also bei sehr vielen Firmen als Aktionär oder als Interessierter sich auf ein E-Mail-Alert-Liste setzen lassen, so heißt das, auf die kommt man über den Link Investor Relations. Dann bekommt man sämtliche Publikationen auf E-Mail zugeschickt, kostenlos. Und bei den Firmen, die transparent sind oder aktionärsfreundlich, dann taucht auch sofort auf, wenn die Firma selber zum Beispiel Aktien zurückkauft. Oder aber wenn ein Vorstand, das hatte ich gerade letzte Woche, da ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, der demnächst Vorstandsvorsitzender werden wird, der ist neu an Bord gegangen, also als potenzieller Nachfolger. Und da kam die Nachricht, kleiner Betrag, der so und so, Deputy Executive und so weiter, hat für 38.000 Euro zum Preis von XY Aktien erworben, und zwar an der Börse. Und das ist, was mir gefällt, wenn die Vorstände gegen Cash, gegen Cash, gegen eigene Einzahlung und Zahlung an der Börse erwerben. Aktien, die im Rahmen des Gehaltspaketes als variable Vergütung, also was weiß ich, der Vorstand verdient, 300.000 Euro, und wenn die Geschäfte gut laufen, bekommt er für 300.000 Euro auch Aktien gut geschrieben. Das imponiert mir nicht. Das hat der Vorstand dann, wenn der Vertrag sauber ist und alles in Ordnung ist, ist das legitim und in Ordnung. Aber dann sagt es noch nichts darüber aus, wie der Vorstand zu der eigenen Aktienposition steht. Er wird ja freiwillig nicht die Aktien einfach ablehnen. Das ist ja schon mal klar. Aber es ist was anderes, als wenn er hergeht in die Tasche, greift von versteuertem Einkommen, von echten Ersparnissen und damit die Aktien kauft. Wenn Sie bei einer Firma Aktionär sind, wo Ihnen das nicht leicht publiziert wird, wie das ausschaut mit den Vorstandsaktien, dann würde ich an Investor Relations schreiben und sagen, bitte teilen Sie mir mit, wo ich sehen kann, wie die Veränderungen sind im Vorstandsaktienbesitz. Und da werden Sie wahrscheinlich bei den meisten Firmen eine vernünftige Antwort kriegen, wo Sie das nachschauen können. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich nur sagen, wenn man Ihnen diese Frage, diese Möglichkeit nicht gibt, und sagt, einmal im Jahr können Sie es irgendwo versteckt im Geschäftsbericht von 300 Seiten, irgendwo ist es versteckt zu sehen und gucken Sie auch selber nach, würde ich die Aktien sofort verkaufen. Das ist nicht die richtige Einstellung gegenüber Ihnen als Eigentümer. Ja, Frage 5 von dem Kommentarnamen C.M. Also Cäsar macht da. Was ich davon halte, wenn die Vorstände sich arg nach der Regierungspolitik orientieren und richten und de facto Chefs ohne Rückgrat sind für die eigenen Interessen der Firmen. Da kann ich nur Folgendes sagen, sofern dieser Eindruck stimmt, den Sie haben, ich möchte den Namen der Firma jetzt nicht nennen, den Sie da angeführt haben, ein DAX-Konzern, wenn dieser Eindruck stimmt, dann ist das ein ganz alarmierendes Zeichen und dann haben wir es mit Vorständen zu tun, die eine Söldnermentalität besitzen, die sind da nur auf Zeit und begehen de facto Parteienverrat. Da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat eingesetzt. Der Aufsichtsrat ist der Vertreter von uns Kapitalbesitzern, von uns Aktionären und die müssen nach bestem Wissen und Gewissen und Erfahrung die besten exekutiven Manager oben einsetzen, den Vorstand, die wiederum die Mannschaft aufbauen. Und die Interessen sind nur eins, dass die Firma am Leben bleibt, die Leute weiter sichere Arbeitsplätze haben, die Innovation weitergeht und die Marktstellung gegenüber der Konkurrenz ausgeweitet wird und dass am Ende, und das ist die Messlatte, was zufriedene Kunden da sind. Eine Firma, die durchweg zufriedene Kunden hat und hat ihre Hausaufgaben gemacht, mit der Firma ist alles in Ordnung. Und alle anderen Orientierungen von Liebkind, was weiß ich, irgendwelchen Ministern in den Hintern zu kriechen, oder aber noch Hintergedanken zu haben, weil man vielleicht über diese Schiene in irgendwelche Gremien kommt oder Pöstchen bekommt oder das Bundesverdienst kreuzt, sind also abgrundtief abzulehnen und sind ein Zeichen des Versagens des Aufsichtsrats. Die Leute gehören rausgeschmissen, nichts anderes. Und es ist so, überhaupt, die Arbeit ist heute so komplex und so schwierig bei großen Firmen, aber auch schon bei kleineren Firmen, wo sie, was weiß ich, nach Möglichkeit international verkaufen. Es ist überhaupt gar keine Zeit vorhanden, für irgendwelche Mätzchen bei Politikern rumzuhängen oder auf Festveranstaltungen zu gehen oder in irgendwelchen, fürs Ego angenehmen, in Beiräten rumzuhocken. Die Arbeit für hochbezahlte Leute hat zu 110 Prozent, dem eigenen Laden zu gehören und nichts anderes. Und wenn ein Aufsichtsrat das zulässt, dann ist er entweder deppert oder genauso schlecht und dann verkaufen Sie die Aktien lieber. So, Punkt Nummer 6. Ja, Herr Elsässer, welche Bank empfehlen Sie? Ja, da kann ich Ihnen keinen konkreten Tipp geben. Mein einziger Rat ist, eine Bank, ähnlich wie ein Industrieunternehmen, ist nicht einfach eine Bank. Sie müssen schauen, wo ist ein Mensch, sofern Sie jetzt nicht einfach nur online arbeiten wollen. Wenn Sie online arbeiten wollen, im Banking, müssen Sie einfach sehen, wer hat das beste Software-System, wo funktioniert es am besten, mit welcher Plattform kommen Sie physisch mit der Hand am besten zurecht, wo fühlen Sie sich da am wohlsten. Das ist die Sache und dann muss man natürlich immer schauen, wer ist der Eigentümer, wer steht dahinter, ist das seriös. Und bei allem anderen, wo Sie noch ein Mensch sprechen wollen, müssen Sie einfach schauen. Es gibt nach wie vor sehr gut ausgebildete, sehr brave, ordentliche Bank-Experten, die einen guten Job machen und die sitzen vielleicht in einer Bank irgendwo in der Provinz oder in einer Bankenstruktur, von der man gar nicht viel erwartet, wo man denkt, naja, was können die schon, aber die Person ist einfach super. Und das würde ich Ihnen wünschen, dass Sie auf so jemanden stoßen, auf den Sie sich charakterlich verlassen können. Und das ist vor allem in einem Punkt ganz, ganz wichtig, wenn Sie ein Kreditnehmer sind. Kreditnehmer privat, Kreditnehmer für Ihre Firma, da kann ich nur eins sagen, wenn Sie da an die charakterlich falschen Leute kommen, da müssen Sie ganz fein die Atene ausfahren, weil wenn es mal rumpelt und Sie sich schwer tun, wie gesagt, und es regnet, dann nehmen die Ihnen den Regenschirm weg. Ja, eiskalt. Und dann sagen die, sorry, tut uns leid, Ihre Zahlen sind nicht gut genug. Und dann gehen Sie hops. Die Liste derjenigen, die sich bei den Banken bedanken dürfen, weil sie bei einer einmaligen Krise eins in den Hintern bekommen haben, diese Liste ist lang und dazu sollten Sie nicht gehören. Gut, Punkt Nummer 7. Ja, wie kann man eine gute Karrierestrategie entwickeln, um eine gute Karriere zu machen? Da kann ich nur sagen, Sie sollten sich nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Das ist nämlich ganz einfach. Am Ende des Tages verdienen Sie Ihr Geld für Leistung. Und wenn Sie in einer Organisation landen, wo Sie für Ihre Leistung nicht entlohnt werden, dann müssen Sie sich gut überlegen, ob Sie das nervlich oder vor Ihrem Selbstbewusstsein oder mit Ihrem Selbstverständnis 30 Jahre lang überhaupt vertreten können, dass Sie ohne Leistung Geld bekommen. Es gibt sicher Menschen, die das als einen großen Schachzug, für einen großen Schachzug halten. Die möchte ich nicht kritisieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die wollen zeigen, dass sie eine gute Arbeit machen und müssen dafür auch eine gute Belohnung bekommen. Und was die Karriere angeht, das habe ich in den großen Konzernen, zum Beispiel bei Dow Chemical, wo ich Finanzdirektor war, sehr gut beobachten können. Die ganzen Jahrzehnte danach, wo ich als selbstständig war, Kollegen, ehemalige, verfolgt habe in ihrer Karrierelaufbahn, da gibt es nur eins, da gibt es nicht eine Strategie. Da gibt es nur eines, das, was immer Ihnen an Job angetragen wird, dass man den Job gut macht. Und dass man, dass die Firma sich, dass sie einen Ruf aufbauen, dass man sich auf sie verlassen kann. Wenn es heißt, wir haben da ein Problem in Milano, wer kann da aufräumen? Der Meier. Meier fährt runter, dann weiß man, der Meier packt das, beziehungsweise, wenn er es nicht packt und Hilfe braucht, meldet er sich rechtzeitig. Dass man also über den Meier sich gar keine Gedanken machen muss. Das ist das A und O. Das sind die Leute, die nachher in der Karriere ganz nach oben kommen. Wenn sie aber in einer Bude arbeiten, wo man gar nicht will, dass sie besonders viel arbeiten, oder wo man gar nicht bereit ist, ihnen Aufgaben zu übertragen, weil man sagt, sie sind doch viel zu jung oder was weiß ich, wir wollen gar nicht, dass sie sich da profilieren, bleiben sie mal in Ruhe da sitzen. Das heißt, wenn man nicht bereit ist, ihnen Herausforderungen zu geben, sie die aber wünschen, dann kann ich nur sagen, kündigen und den Arbeitgeber wechseln oder sich selbstständig machen. So einfach ist das. Gut. Und dann als letzten Punkt, Punkt Nummer 8, was haben wir da? Einen Moment, da muss ich mal gucken, da habe ich mir Notizen gemacht und jetzt kann ich kaum noch lesen, was gemeint war. Business Welt. Ach ja, das war eine persönliche Frage. Wenn ich also nicht in der Business Welt gelandet wäre, was wären Sie denn dann geworden, Herr Elderser? Also was hätten Sie als Alternative gemacht? Ja, da muss ich sagen, ich habe eine so einseitige Prägung und eine so Liebe für das Kaufmännische, ich hätte immer etwas Kaufmensches gefunden und im Zweifelsfall, also ich wäre ein Händler geworden, weil ich liebe es, irgendetwas zu finden, was andere Leute gar nicht gebrauchen können. Ich wäre sehr gern Schrotthändler geworden, ehrlich gesagt, nicht? Aus Abfall etwas machen. Ich wäre auch gern vielleicht ein Trödelhändler geworden, wenn ich also einen Großonkel gehabt hätte, der mir 1000 Quadratmeter Lagerhallen auf dem Bauernhof vermacht hätte, dann hätte ich mir drei große LKWs besorgt, fünf Jungs und wäre Haushaltsentrümpler geworden und ich glaube, ich hätte für jeden Gegenstand, den ich aus dem Haushalt dann geholt hätte, bei der Entrümpelung, hätte ich eingelagert und versucht dann im Laufe der Jahrzehnte irgendwie zu verhökern mit einer möglichst hohen Marge. Ich bin also jemand, der hohe Margen liebt, lieber weniger Umsatz und hohe Marge und da gibt es ja zum Abschluss die schöne kleine, den alten Witz und die kleine Geschichte, wie vor dem Ersten Weltkrieg jemand besitzt einen ganz kleinen Laden, da wurden also Briefumschläge und Bleistifte und Zigaretten und Briefmarken verkauft. Ich glaube, es spielt in Wien und den ganzen Tag kommt also kein einziger Kunde. Ich war schlechtes Wetter, stinklangweilig, der Ladeninhaber steht da und steht sich die Füße platt, er guckt auf die Uhr, sechs Uhr muss er zusperren und er denkt da, oh Gott, oh Gott, was sage ich bloß meiner Frau, wenn ich nach Hause komme? Schon wieder kein Umsatz, langsam ist es aber kritisch und kurz, er will die Tür schon zumachen, stürmt also einer rein, der muss noch zur Straßenbahn, die kommt schon und sagt, ich brauche einen Briefumschlag, einen Briefumschlag. Die wurden damals lose verkauft und dann sagt er, jawohl, jetzt der Briefumschlag kostet zwei Groschen und da legt der gute Mann ein Zehn-Groschen-Stück hin, schnappt sich den Briefumschlag und sagt, ist gut so und geht. Also, der kauft den Briefumschlag, wert zwei Groschen, zahlt aber zehn Groschen und der Ladeninhaber darf die zehn Groschen behalten. Auf dem Weg nach Hause, schließt zu, überlegt er sich, was kann er jetzt seiner Frau so auswagen, damit er da irgendwie, dass die Stimmung ein bisschen besser ist beim Abendessen. Nun kommt er durch die Tür, sagt die Frau, jo, wie warst du heute im Laden? Ja, sagt er, der Umsatz, der Umsatz war mäßig, aber der Gewinn, der Gewinn. Ja, in diesem Sinne hoffe ich Ihnen viel Gewinn, aber auch viel Umsatz, vor allem bis zum nächsten Freitag. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld, wünsche Ihnen alles Gute, teilen Sie bitte unser Video, abonnieren Sie unseren Kanal, bleiben Sie uns treu, alles Gute, Ihr Markus Wilmesser.